HALLO LASER! Wir starten mit Aufgabe 1 Daniel versteht uns in dem Wort Sonne, dass es ein Gasstern ist und dass es ist Physik und am Ende er denkt, dass es ist echte Liebe Juli denkt auch, dass es ist echte Liebe und sie sieht es als eine Religion und ein Liebesymbol und dass es ist besaubernd Ja, das war Aufgabe 1, wir geht uns zu Aufgabe 2 Ups Nein Und in Aufgabe 2 wir haben wählt Malik und sie findet Daniel freundlich und nett und sie findet auch Daniel zuvorkommen sie denkt, dass Daniel ist sehr hübschbereit sie findet, dass Daniel ist nicht hübsch äh sie findet, dass Daniel ist eine Büchern glücklich und schübschern schübschern am Anfang sie findet auch Daniel ist äh Persönschen ja das war alles tschüss 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 tschüss